Wie funktioniert die Harmonix-Füße? Sie ein bestimmtes Resonanzverhalten haben und diese Füße werden mit den Geräten kombiniert, man kann das auf dem Foto hinter mir einigermaßen sehen, kommen dann entsprechend unter die Geräte und ändern das Resonanzverhalten der Geräte selber, um sie natürlicher klingen zu lassen. Wenn ich sowas auch mal ausprobieren möchte, weil ich das interessant finde, aber skeptisch bin, gibt es die Möglichkeit, sich mal sowas auszuleihen? Aber klar, wir arbeiten mit einer ganzen Reihe an Fachhändlern zusammen in Deutschland. Die können sowohl zu Ihnen kommen, das bei Ihnen zu Hause installieren, oder Ihnen, auch wenn es sein muss, das zuschicken, das Sie selber ausprobieren. Aber mein Tipp ist, lassen Sie den Händler kommen, das lohnt sich auf jeden Fall, weil der kennt noch eine ganze Menge an Tricks, wie es denn am optimalsten eingesetzt werden kann. Einige der markantesten Lautsprecher des High-End-Angebotes kommt von Verity Audio aus Kanada. Bruno, warum ist es so schrecklich, dass die Bass-Sprecher von Ihren Sprechern auf der Rückseite sind? Well, there's many reasons for that. We always like the sound of the coherence, you know, you only have one crossover point in between. So the coherence of a Mini Monitor speakers is always very interesting. And integrating a bass, a woofer, with the speakers is very, very difficult. And so when you put it at the back, if you use first-order slopes, the remaining energy that could go through the woofer won't get back to your ear. So it helps you increase the coherence of the speaker. Here on the show, you play your possible anniversary model. And now you have developed a new foot. Yes. Yes, what we're doing, what we realize with years is that when we play the speakers in many different venues, we're always subjected to what's going on in a room, the way the floor is constructed, if it's a wooden floor, if it's a concrete floor. And it does have a lot of influence on the sounds. So what we did is that we wanted to solve this problem and have the speakers to work very well in all conditions. Okay, thank you very much. You're welcome. Dr. Fang Bian baut ganz spezielle Kopfhörer, nämlich magnetostatische. What is a magnetostatic headphone? They have the plane shape, magnets arrangement on the side of the diaphragm. And the diaphragm is also like a plane, it's not like a cone in the diaphragm, in the dynamic headphones. And you come here to present your new top-line Hyphi-Man headphone model. Yeah, this is the new HE1000 Planet Driver headphones, retail for $3,000 US dollar. Thank you for this information. Thank you very much. Thank you very much.